Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Plague Squad. Und ja, ich klinge skeptisch, weil ich die Map nicht kenne. Ist die neu? Oder ist sie mit per Woll gewaschen? Ähm, ist ja cool. Kann es sein, dass wir eine neue Map haben in dem Spiel? Oh, das wäre ja mega! Oh, das kann sein, ne? Die hatten ja irgendwas... Ich hatte irgendwas... Ich habe es nicht richtig gelesen. Ich habe das nur so im Rande mitbekommen. Es sollen wohl irgendein Update gegeben haben. Ich meine, wir haben jetzt die Eisgranaten und sowas, die es jetzt gerade gibt. Dafür haben wir aber, glaube ich, die Sherry-Sachen nicht mehr. Jedenfalls habe ich die nicht gesehen. Und, ähm, vielleicht sind das immer so Events oder sowas. Weißt du, das eine war so ein Frühlingsevent. Das ist jetzt ein Sommer-Event wegen den Eis-Sachen. Das würde zumindest nur Halbsinn ergeben. Und dass eine neue Map rausgekommen ist, das wäre doch auch cool. Probieren wir es einfach mal. Gucken wir uns die Map an. Äh, sollte trotzdem... Takt-Reload! 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 Was ist das? Äh, achso, es geht hier rechts lang. Alles klar, ich bin raus gewesen. Ich weiß nicht, wo der Feind herkommt. Von da? Oder von da vorne? Okay. Ich weiß nicht, von wo der Feind kommt. Alter, kann mir bitte jemand sagen, wo der Feind herkommt? Bitte. Feind, kannst du mich bitte melden? Dann, bitte melde dich, Feind. Oh, gut, 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 gut. Also, sie ist vorne da. Das ist mir klar. Nein, nein, nein! Alter, der hat voll den Weg-Dings-Move gemacht. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wir müssen ein bisschen die Map erkunden. Also, sie scheint irgendwie neu zu sein. Soweit ich das gesehen habe. Okay, hier sind Gänge. Dies scheint verwinkelter zu sein. Und auch für den Gegner, wie man gerade gesehen hat, ein leicht verwirrendes Umgebung zu sein. Denn er hat sich, glaube ich, irgendwo hin verirrt, wo er gar nicht hin wollte. Was ist das hier? Eine Stahlschmelze oder sowas? Okay. Okay, okay, okay. Ich habe leider den Namen der Map vergessen. Sonst würde mir das vielleicht irgendwie weiterhelfen. Und ich bin mir... Ah, hier. Irgendwie... Gucken wir gleich mal. Vielleicht sehen wir irgendwo ein Schild oder sowas. Das mir Auskunft darüber gibt, wo ich mich befinde. Aber das sieht irgendwie aus wie eine... Weiß nicht. Jetzt würden hier... Also, die schmelzen hier irgendwas. Ich glaube, jetzt gehe ich zu denen, ne? Also, ich meine, man geht hier eine ganze Weile, ne? Ah, die spawnen da. Interessant. 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 Okay, die spawnen da. Gut, das weiß ich jetzt auch. Dann können die hier demselben Weg lang gehen wie wir. Hier. Wow. Alter. Okay, alles klar. Und er kann einfach den Weg wieder zurückgehen. Ist okay. So. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich, glaube ich, schneller zu dem... Wo komme ich denn hier hin? Okay. Den hätten wir. Da scheint noch irgendwer zu sein. Wow. Buana. Ah, die spawnen da. Okay. Ich habe die Map noch nicht so ganz im Kopf. Merke ich gerade. Ich weiß, die ist irgendwo links oder so. Ja. Aber ich möchte mir die selber meistens. Ich entdecke meistens die Maps lieber selber. Ist er tot? Ah, scheiße. Habe ich nicht richtig gesehen. Okay. Ich muss... Und da ist dann die Brücke gewesen, ne? Alles klar. Also ich überlege halt, wie man am schnellsten zum Feind kommt. Das ist ganz klar. Damit ich halt auch am schnellsten Kills machen kann. Okay. Okay, den haben wir schon mal. Und von wo die noch herkommen können. Also von da auf jeden Fall. Theoretisch auch von da. Das ist ganz schön tricky, die Map. Die könnten mich auch von hier abschießen. Und da spawnen sie ja wieder. Okay. Und den einen haben wir nicht erwischt. Kommt der andere... Ne, das hier hilft mir. Der hilft ihm. Okay. Alles klar. Cool. Was ist das hier? Ja, okay. Das hilft mir jetzt auch absolut nicht weiter. Ah, und hier kann man auch auf dem kurzen Weg zum Spawn. Sehr schön. Haben wir sogar noch wen erwischt. Okay, hier geht's auch irgendwie lang. Ah, da spawnen die auch. Da spawnen die auch. Da spawnen die auch. Wow, wow, wow. Alter, der hat das aber auch gewusst mit der Granate. Der kam ja irgendwie voll langsam an. Oder war das der nicht, der mich gesehen hat am spawnen? Das ist ganz schön tricky. Kannst du auch nicht irgendwie einfach... Ne, kannst du nicht, ne? Muss ich hier machen. Vielleicht. Okay, also die krieg ich tatsächlich immer auf dieser weiten Strecke. Also nicht immer, aber... Immer öfters. Hier ist irgendwie die Luft ein bisschen anders. Okay, haben wir auch. Okay. Da ist auf jeden Fall einer. Ich weiß es. Hä, von links? Scheiße. Ich hab den nicht gesehen gehabt, glaub ich. Oh, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, die erwisch ich tatsächlich immer. Hydra. Aber die Map ist cool. Die ist eigentlich ganz schön. So, jetzt sind wir in dem Spawn von den anderen. Das ist doch auch ganz gut. Guten Tag. Sie spawnen hier. Das ist nicht gut, im Spawn zu sein. Das ist nicht gut, im Spawn zu sein. Das ist nicht gut, im Spawn zu sein. Haha, das ist nicht gut, im Spawn zu sein. Tut mir leid. Ich hab auch nur den einen getötet. Oh, warte mal. Da kann er auch da unten lang. Jetzt werd ich Opa vergrückt. Wenn ich ein Hund wäre. Und in der Pfanne sitzen würde. Ah, hier kommt man dann hin. Okay, alles klar. Hi. Ja, mei. Habt ihr recht. Nein, ich sollte Nacht haben. Oh Mann. Oh, guck mal. Da sind drei Leute gewesen. Hätte ich da die Granate dann reingeworfen, wäre das total escalated. Oh, okay. Alles klar. Die sind hier schon gewesen. Ich dachte, die wären vielleicht noch in dem Gang und ich hätte Glück und könnte die Granate noch da reinwerfen. Deshalb hatte ich mich so beeilt und hatte die Granate schon in der Hand. Aber lieber die Taube auf dem Dach, als die Hand, äh, die Spatze in der Hand? Ne. Hä, kannst du mal sterben da hinten? Boah, was ist so los? Alter, kommt da einfach drei Leute den Gang lang? Zieh ich nicht. Hier. Boah, die fliegt noch. Boah, die hat aber irgendwas getroffen. Hast du gesehen? Ich glaub, die hat noch irgendwas getroffen. Ich hab das gespürt. Das waren wie Wehen. Es hat wehgetan, als ich gestorben bin. So. Boah, schüchü. Warte mal, wenn die aber alle rechts sind, können wir ja vielleicht irgendwo ein bisschen auch links lang gehen. Ihr habt das gesehen? Ach, scheiße. Ja, mit seinem 4, ey. So. Können wir denn hier irgendwo eine Granate reinwerfen? Vielleicht in den Gang? Grenade! Hä? Wä, das war Reflex. Ich hab ihn getötet, ne? Ich hab ihn getötet. Ich hab das war Reflex. Ich hab nur gesehen, dass da links einer war und hab aus Reflex einfach hingeherzielt. Boah. Ah, scheiße, ey. Jetzt krieg ich Hydra nicht mehr. Ich will immer Hydra sagen, wegen Captain America und so. Und Marvel und so. Aber es ist Hydra, nicht Hydra. Okay. 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 Ja, blockier mich doch halt. Ist okay. Ja, okay. Okay, alles klar. Ja, scheiße. Wieso hat der immer schnellere Reflexe als ich? Was ist denn los mit mir? Ich fühl... Ich bin ja wie so ein... Wie so ein... Wie so ein Bewegungsligaszeniger, ey. 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 Das... Nein. Oh, das war einer von den Gegnern. Scheiße. Wenn du... Wenn du den Feind nicht von deinem Freund unterscheiden kannst, dann hast du echt Probleme. Komm, leck mich doch am Arsch. Hier, friss die selber. Erstmal verwirren. Auf den eigenen Freund, aber irgendwo hinschießen. Ne, komm, darauf lasse ich mich gar nicht ein auf diesen Gang. Scheiße. Was ist denn los? Ah. 15 Kills nur. Nur 15 Kills. Das ist nicht gut. Wir sind in Führung, aber das ist mega knapp. Es ist mega knapp. Wir reißen uns gerade kein... Kein... Kein Bein aus dem Stein. Hä? Was rede ich denn schon wieder? Wir sind echt mega hart am... Scheißen. Was? Wir gewinnen. Komm schon, wir gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, wir haben gewonnen. Boom. Da hat es Boom gemacht. Aber das war knapp, Junge. Junge. Das war knapp. Okay, ein paar Punkte gibt es. Ja, fünfter Platz hat 16 Kills, 13 Assists und 22 Tode. Ist nicht... Ist nicht... Ist nicht... Ist nicht... Oh, aber Hydra hatte die meisten Vorlagen natürlich. Die war nachher dann ganz gut. Oder der? Ja, also ich sag mal die, weil Hydra klingt für mich so ein bisschen... Erstens weiblich und zweitens war der Charakter weiblich. Hydra. Ich will aber niemandem zu nahe treten. Niemandem. Niemals. NIE. Motive. Motive, Motive, Motive. Seattle. Black Space und Enes Baba und Lüder und Ankom und Glypidin Giski. Ja, der ist auch dabei. Es regnet. Wow. Ich bin mega gut da drin, das offensichtlich hier auszusprechen. Sehr schön. Sehr gut. Haha. Okay, ich bin gespannt auf diese Runde. Hey, erstmal läuft. Natürlich. Was? Oh, was? Ciciraptor? Ist das irgendein Dinosaurier? Oh, das ist cool. Ich mag Dinos. Ich bin einfach zu begeistern. Ich weiß. Er mir einfach hinfällt. Auch sehr schön. Drehtmine. Oh, scheiße. Die werden gestorben dadurch eigentlich. Ja, schade. Krieg ich sie nicht ganz? Wow, wo kommt der denn her? Black Space. Sag doch einen Ton. Kannst du dich nicht... Alter, hast du gesehen? Der Ninja, ey. Er hat sich auf das Geländer gestellt und dann ist er runtergesprungen. Heftig. Heftig. Hey, es hat geruckelt. Reloadet. 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 Hä? Der kam einfach hier durch. Der hab ich nicht gesehen. Reloadet. Reloadet. Nein! Nee, ach, das ist einer von mir. Hehehe, mit der Pistole. Yusuf. Hä, der kommt mir bekannt vor, der Yusuf. Wahrscheinlich heißt hier jeder 27. Yusuf. Er frisst das da unten. Oh, irgendwas hat's getroffen. Okay, sehr gut. Ich konnte den Feind dezimieren. Okay, sehr gut. Ich konnte den Feind dezimieren. Nein, der Feind zieht mich! Nee, ich hab keine Granaten mehr. Scheiße. Das war knapp. Das war auch knapp. Okay, das war gut. Ich bin Profi. Ich mache den Tag nichts anderes über. Nein, es hat geruckelt. Hast du das gesehen? Ich glaube, das hat man wirklich gesehen. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Dass ich nichts gesehen hab. Und warum? Weil's geruckelt hat. Oh Mann. Ich hätte die 27 alle fertig machen können. Ich bin mir sicher. Haha. Nein, hätte ich nicht. Ich weiß, aber ist okay. Ich hab dran geglaubt. Und solange ich dran glaube, kann ich alles schaffen. Alles. Ich muss nur ganz fest die Augen schließen. und dann sehe ich zwar nicht mehr, was im Spiel passiert, aber ich kann dran glauben. Ob du's glaubst oder nicht. Oh ja. Was ist das? Das wird durch den Kopf gehen. Hä? Da steht ja einer. Ja, lol. Ja, lol. Das war knapp. Okay, sehr gut. Ich hab nur drei live. Live ist. Live ist live. Oh, Alter. Der hat mich nur... Alter, du hast gesehen? Der hat mich geschlagen, der Typ. Kann man schlagen hier? Wie kann man denn schlagen? Ach, keine Ahnung. Ich muss niemanden schlagen. Ich hab meine Waffen. Schade. Der werde gestorben durch die... Genau. Durch die Grenade. Du hast es... Du hast es sehr gut. Das ist fast... Rettung. Ich hab irgendwie gerettet. Uh, uh, uh. Moment. Muss man anladen. Ach so, ist mein Junge. Junge. Hoppala. Ah, der hat mich nur erwischt. Schade. Okay. Hat er Glück gehabt, weil, ähm... Ich bin ja eigentlich weggegangen. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Aber leider war das nicht der Fall. Wann machst du denn da unten? Sag mal, versteckt er sich einfach? Wuh! Hoppala. Ich stehe hier los wieder. Lass mich mal... Du darfst mich nicht blocken. Bitte. Danke. Ja, okay. Die spawnen da halt, ne? Und wir, wir, wir sind da halt. Aber wir sind da halt alle. Die Map ist halt relativ klein. Ich meine, du, du läufst halt zwei Schritte und dann bist du bei denen im Spawn. Das ist schon halt ein kleines Problem. Oh, ich glaub, die hab ich verkackt. Ja. Wow! Hoppala. Ganz ruhig. Du konntest doch nicht einfach auf mich schießen. Können wir nicht vorher reden oder so? Wow, das ist nicht gut. Ginger! Hahaha! Wuh! Yay, yay! Entschuldigung. Ich hab gerade meinen Lasso geschwungen. Was? Nein, das klang wieder falsch. Oh nein. Ich hab gerade wirklich so gedacht, das ist wie so Cowboy und Jana. Wir reiten um die Wette. Haha! Ohne Rost und ohne Ziel. Aber das war wirklich gerade lustig. Die haben das nicht gecheckt, dass ich da mal hochgesprungen bin. Ja, ich treffe ihn halt nicht, ne? Aber ist okay. Ist okay, damit kann ich leben. Moment, der ist noch blau. Ah, der bleibt auch blau. Hä? Dich hab ich gesehen. Dich hab ich gesehen. Oh Mann, was macht ihr denn alle hier? Könnt ihr mich nicht anklopfen oder so? Ich mag keine Überraschungspartys. Ja, der hat es boom gemacht. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nix explodiert. Tausend und ein... Äh, Stück. Hat sie mich gerissen. Und er hat es boom gemacht. Boom, boom. Tausendmal geworfen. Tausendmal ist nix passiert. Tausend und ein... Splitter-Kronauten. Keine Ahnung. Man müsste irgendwie aus diesem... Man müsste aus dem Song irgendwie was machen. Man müsste da irgendwas rausholen. Ich bin mir sicher, da könnte man bestimmt eine schöne Sache machen. Übrigens, schöne Sache ist auch, dass wir schon wieder gesiegt haben. Es läuft ja hier wie am... 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 Am Schnürchen läuft es ja. Also rund, ne? Wir sind Zweier gewesen sogar. 26 Kills. Sehr gut. Perfekt. 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 Und wir haben die meisten Vorlagen geliefert mit den 13 sogar. Kann man oben sehen. Und ich würde sagen, was man auch... sieht, ist wir uns. Und zwar in der nächsten Folge von Black Squad. Und, äh... Ja. Dann sehen wir uns dann wieder. Wo wir mal kurz... Wir haben den Stug haben verlassen. Haben wir noch irgendwas, was wir aufmachen können? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Tut mir leid. Das ist leider jetzt nicht möglich. Das machen wir aber in der nächsten Folge wieder. Bestimmt hoffentlich. Eventuell. Und zwar... Äh... Sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.